Servus, wir sind hier in der Nimmklinik, haben uns die Haken machen lassen. Wir haben uns gestern machen lassen, unser Freund hat es vor zwei Monaten gemacht. Wir müssen sagen, es ist echt super gelaufen, vom Transfer, vom Management, alles echt super. Die OP ist super gelaufen, wir sind alles top zufrieden. Und ja, jetzt muss man halt schauen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Aber bis jetzt ist alles super gelaufen.